Was gäbe es für einen besseren Abschluss für einen so gelungenen Abend als einen guten Rhein? Ich könnte mir da was Besseres vorstellen. Und der Preis für die beste Schnurze geht an dich. Und wer bist du? Ihr habt mir viele Namen gegeben im Laufe der Zeit. Shinigami, Grim Reaper oder einfach Gefattertod. Hat der Tod nicht immer eine Sense dabei? Weißt du eigentlich, wie schwer das Teil ist? Wir, ich meine, du hast nicht mehr viel Zeit. Also kommen wir gleich zur Sache. Ich bin nicht zum Spaß hier, sondern beruflich. Was das heißt, das weißt du ja sicherlich. Oder? Ich bin hier, um jemanden abzuholen. Jemanden, der nicht mehr viel Zeit hat. Aber ich bin ja kein Unmensch. Deswegen gebe ich dir einen kleinen Tipp. Die wortwörtliche Deadline ist um 18 Uhr. Bis dahin. Hallo? Hallo? Ah, hi. Ja klar, ich bin fast schon da. So. 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 Musik 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 Hey Jonas Hi Hast du mir irgendwas gesagt? Ich hab dir was mitgebracht Dankeschön Sie sind ja hübsch Die waren hübsch, da war so ein Raser und der Film auch Bitteschön, kann ich denn schon einmal ein Getränk bringen? Könnten Sie mir bitte sagen wie spät es ist? Ja, es ist 17.16 Uhr Ähm, ich hätt gern Wasser bitte Sehr gern Danke Wie war dein Wettbewerb? Ja, das sind die war ganz gut Die neuen Tanzschritte haben wir gut hinbekommen Aber du weißt ja, mein Tanzpartner macht immer viel zu große Schritte Ja, das sieht wirklich aus Naja, auf jeden Fall sind wir dann beim Weizimmer viel zu weit gekommen Haben auch noch Luisa und ihr Freund zu sein Ähm Entschuldigung, das Messer ist runtergefangen Wo warst du stehen geblieben? Also Luisa und ihr Freund So, und das Wasser Haben Sie sich denn schon für ein Gericht entschieden? Ja, ich nehme das hier, aber ohne Walnuss oder gemütlicher Leck Ich hätte gern bitte die Nudeln mit Oliven Sehr gerne, kommt sofort Ich ähm Ich ähm Ich muss kurz weg Apropos Zeit Alles klar bei dir? Ja, ich dachte nur mein Essen ist schon da Ich nehme dir das schon nicht weg Pfff Ist das jetzt dein Ernst? Jonas Jonas, was ist eigentlich los mit dir? Du benimmst dich, als wär irgendjemand hinter dir her Lena, ich War wohl einfach nur bisschen aufgeregt Aber ich mach's wieder gut, okay? Wir fahren nach Hause, ich koche uns was Schönes So, und wir gucken uns einen Film an Gib mir noch eine Chance Jonas? Ja? Elegan Händel Geil We ter�ut Teig 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 Musik Musik